hallo zusammen in diesem video zeige ich euch die quest die rückkehr des efts magiers anzunehmen bei etas sonnenherrschaft in dalavan an dieser position hier sieht man auch die koordinaten hierhin kommt man durch die vorquest und eventuell wenn ihr selbst fliegen habt ansonsten ist mir jetzt keine andere möglichkeit bekannt eventuell noch in der halle hier aber das mag ich jetzt nicht ausprobieren nehmen die quest jetzt an ich höre ihm noch ein bisschen zu nun darf ich den teleport dahin benutzen und die quest ist abzugeben bei merrill teufelsturm in die halle des wächters auf der ebene die bibliothek des wächters an dieser position hier sieht man auch die koordinaten auf ich konnte euch helfen ciao